Du wolltest es so, Ivan! Hallo, Schnicke! Lass uns schlopfen! Anrücken und diesen Trotzkisten-Sympathisanten erledigen! Over! Anrücken und diesen Trotzkisten-Sympathisvertaktion erledigen. 넣er pero éste! Die K can замbeellt mit denen ölösen, was wird geflffen? Lass uns nicht so! Foby die K mareslösen rollen!! Ausgezeichnet, das Menü mal einen Ruf in den Kampf. Hau Argnis um Krypto! Du wolltest es so, Ivan! Na los, Schnecke, lass uns schrauben! Anrücken und diesen Trotzkisten, Sympathisanten erledigen! Over! Anrücken und diesen Trotzkisten! Anrücken und diesen Trotzkisten! Anrücken und diesen Trotzkisten! Dreh dich durch! uryh! Zurückläggung! So, wir vertreten uns aus! Hör mir zu füchtern, dass er im Kran steht! Schmeckt mir in der Schussbar! Schmeckt mir mal auf, dich nicht zu löschen! Sch... AAAAAAGH! Ausgezeichnet! Das nennt ich mal einen unruhigen Kampf! Hau an, bis um, Tripple! Du wolltest es so, Ivan! Na los, lass uns schmupen! Anrücken und diesen Trotzkisten! Sympathisanten erledigen! Over! Das ist die falsche Richtung! Aus dem Weg! Jetzt, ich darf den richtigen Spuren! In der Kontererstörung war keine Rede vom Selbstentzündung! Der ist der Weg! Da hinten darf ich nicht hin! Da durfte man in den alten Dahlen lernen! Ausgezeichnet, dass Nenem immer einen Mütigen kann. Hau auf, du willst um, Krypto! Du wolltest es so, Ivan! Na los, Schnecke! Lass uns schmupen! Unterstützung benötigt! Over! Auf, du willst du gehör, du bist du! Schau! Verstärkung angefordert! Over! Over! Verstärkung! Over! Meine Rede vom Fenster! Ein Weg zur Position, um an den Fahrer zu ziehen! Ja! Hämme! 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 Ungleichen würde ich das steigern. Wenn nicht, dann endlich diese ganz besonderen Affen der Sehnsin in der Verwachen. Es hätte nicht so weit kommen müssen, Armquist. Was soll... Was soll das heißen? Ich meine diesen albernen Krieg. Wir hätten zusammenarbeiten können, du und ich, um eine neue Zukunft zu erschaffen. Eine gemeinsame Zukunft voller Frieden und Wohlstand für unsere beiden Völker. Gib mir einfach den Gnadenstoß, okay? Ich meine es ernst. Ihr... Ihr seid nicht gekommen, um uns zu vernichten? Natürlich nicht. Wir hatten genauso viel Angst vor euch wie ihr vor uns. Im Grunde unseres Herzens wollten wir eigentlich nur eins. Nämlich genauso sein wie ihr. Im Ernst? Im Ernst. Ich schätze, wenn man's genau nimmt, sind wir doch alle einfach nur Menschen. Reingelegt! Erbärmlicher Mensch! Erbärmlicher Mensch! Du bist bloßgestellt und der General beim Misslungen Startstreich getötet. Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein. Wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Der Lone Gunman. Der Einsame Schütze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieser Mensch Withers behauptet, der Präsident wird heute vor seinen Untertanen sprechen. Dieser Präsident muss für ihre Sozialstruktur wichtiger sein, als er vermutet hatte. Vor dem Weißen Haus habe ich eine deutliche Zunahme an Aktivität verzeichnet. Alles klar. Sag mir einfach, wo er ist und wie er aussieht. Ich, äh, oh, äh, da, das Ortungssystem des Mutterschiffs ist defekt. Ich glaube, er reist in diesen Konvois mit langen, schwarzen Fahrzeugen. Du glaubst du? Aus dem Orbit kann ich die Position des Präsidenten nicht exakt festmachen. Was war das? Mach sie an! Du musst mit diesem roten Pfeil über den Kopf herumlaufen. Du musst diesen Fahrzeugen folgen, dann können wir ihn identifizieren. Mach schon. Versüß mir den Tag. Heute ist ein guter Tag, um übermäßige Gewalt anzuremten. Ach was. Janet riskiert besser keine dicke Lippe, wenn ich nach Hause komme. Nichts bei meiner Laune. Ich frage mich, wie ich in einer anderen Farbe wohl aussehen würde. Das heißt, braun wäre das neue Schwarz. Dieser Rock Hudson. Was für ein Traumkerl. Habe ich das wirklich gerade gedacht? Äh, Holzfäller. Fußball. Ja, genau. Wo habe ich jetzt nur meine Kinder gelassen? Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Niemand macht einen so guten Hackbraten wie meine Mary Lou. Oh Gott, ich brauche einen Drink. Nein, besser zwei. Zwei richtig große Drinks. Bird oder Co-Chain? Bird oder Co-Chain? Ach, ich weiß es. Jan läuft. Oh, schau mal. Ihre Fahrzeuge verbrennen Kohlenwasserstoff. Reizend. Nicht einatmen, Crypto. Was war bloß in dem Drink? Oh. Oh, Mann, so. Nein. Da trinkt man sich einfach nur so für ein bisschen Spaß. Ein paar Mal die Woche mit einem Mädchen und auf einmal denkt sie, dass man sich von seiner Frau... Ich muss dieses Kleid einfach haben. Es ist einfach ein Tag. Diese Stadt wird langsam zu voll. Wäre es nicht großartig, wenn eine höhere Macht vorbeikäme und all die Leute einfach ausradieren würde. Zum Beispiel mit einem ultraheißen Todesstrahl. Ich würde alles tun, um Johnnys Aufmerksamkeit zu bekommen. Alles. Schlagstock. Schlagstock. Schmiergeld vom Gangster abknöpfen. Check. Vielleicht sollte ich einfach abhauen. Bobs Geld einstecken muss. Sowohl Passagiere als auch Bauteile bestehen aus Kohlenstoffe. Das Atelier ist bestimmt aus Scrolling Green Leder. So wollte ich wieder... Oh, nett. Das ist kein... Rennt um euer Leben! Mich wieder... Ich weiß nicht, was sagt es halt. Das ist für mich. Los, tanz! Sie sind es! Die Elektronik blockiert alle. Ich bin neuer. Ich bin neuer. Ich bin neuer. Ich bin neuer. Aber wir haben ja immer noch das Robo. Ich bin neuer. Ich bin neuer. Das kannst du nicht machen! Gott, ich... Hier ist Jackie! Lass ihn! Komm, du neun! Wooh! Der ist ein Fall! Der ist Rund! Eins! Arzt uns! D till die Wielwitz! Angst! Hälp! Ich habe Angst vor dem die Umweg von der Polizei! Schnell! Mehr Rand! Der Scanner ist außer Reichweite! Du stehst im Schussfeld! Das ist ein kleiner kleiner. Ein Zulogen zur Strecke. Bewegt ihn! Ich bin in der Schussbahn aus dem Fingrad vernappt! Nie bin ich! Das ist kein Problem! Fick dich! Niemann! Achtung! Lass mich so gut! Hör mal! Tschö! Achtung! Ein Hinterhalt! Bildet eine Wagenburg! Bringt mir meine Flinte! Schafft das Weizvolk in Sicherheit! Achtung! Zernichte sie alle! Weg dich! ACH! 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 k